Die Katalog Nummer 122, Farbenfroh, dieses Hengstfohlen, stammt ab vom Fahren. Der Mutterseite Don Henrico und Tiss Heines, Johann Aldag aus Ahlerstedt, ist hier der Züchter und Besitzer. Da Sevilla und Donata, diese Don Cavallo-Tochter, entstammen dieser Mutter. Die Katalog Nummer 122, Farbenfroh, dieser Hengst, geboren am 18.04., ein ganz wichtiger Tag im Jahr. Er stammt ab vom Fahren Heid Don Henrico Hisseines, Longchamp. Die Katalog Nummer 122, Dies der Mutterstamm des gekörten Hengstes, Dormfädel, dieser Don Coralos-Nachkomme mit Heiner Schirken. Die Katalog Nummer 122, Farbenfroh, mit weißem Fleck. Nicht nur mit einem weißen Fleck, sondern zwei weiße Flecke. Die Katalog Nummer 122, Farbenfroh, Züchter und Besitzer, Johann Aldag aus Ahlerstedt, Katalog Nummer 122. Jetzt wird's farbenfroh mit der 122 vom Fahren Heid Don Henrico Hisseines, Hengst Fohlen. Mit Wiedererkennungswert, dem weißen Fleck, auf der linken Seite. Auf geht's mit 4000. Wer gibt mir das erste Gebot? 4.000, the first bit, 4000. Wer gibt mir das erste Gebot um 4000 Euro? Und wo sind die Gebote um 4000 Euro? Wer bietet mir 4000 Euro? 4000 Großbritannien, Great Britain for 4000. Wir sind mit 4000 Euro dabei. Wir geben mir weiter Gebot um 4000 Euro hier für Großbritannien gehalten. I hope for the United States of America. Where are you? 4.000 back a little bit for Great Britain. Und wir sind mit 4000 Euro dabei. Wir geben mir weiter Gebot um 4000 Euro hier für Großbritannien gehalten. Und 4000 da. Wir geben mir weiteres Gebot um 4000 Euro.